Ohne euch wird alles viel, viel schwieriger, also vielen Dank und ich glaube, vielleicht noch viel wichtiger und das versprechen wir euch. Nächstes Jahr greifen wir wieder an und dann stehen wir hier mit mehr als einen Täter. War eine scheiß Woche für mich persönlich, aber wenn ich euch so sehe, bin ich sehr, sehr stolz, Münchner zu sein. Und das, was die anderen uns dieses Jahr weggenommen haben, wollen wir uns nächstes Jahr wieder. Wenn man so klar deutscher Meister wird, wenn man um ein paar Zentimeter im Champions-League-Finale ist und im DFB-Pokalfinale ist, dann lasse ich mir aus dieser überragenden Saison nichts Schlechtes machen. Wir werden nichts mehr investieren, sondern wir werden unsere Spieler dazu bringen, besser zu spielen wie gestern. Natürlich wird ihn das ein Stück hier stärken, klar, wenn er drei, vier Stücke gekriegt hätte gestern, dann wäre es ihm anders ausgelegt worden mit dem Sieg. Klar wird es seine Position hier ein Stück stärken. Ich habe keine Sorge, dass er hier keinen Erfolg haben wird, ganz im Gegenteil, er wird großen Erfolg haben.